Haben wir hier einen Rassisten auf dem Server? Wir machen ein soziales Experiment. Ich habe jetzt hier mal diesen Skin und wir fragen ihn einfach mal. Begrüßen ihn einfach mal. Thomas, ein wunderschön, was geht. Ey, ich bin gerade frisch neu auf dem Server. Hast du vielleicht ein paar Items für mich oder so? Items, was brauchst du? Oh, ist ja richtig korrekt. Hm, okay, wenn das wirklich stimmt, dann wären wir gleich unser Braus. Absetz, ein paar Dias für dich. Wunder erleben. Alter, will uns Dias geben? Das ging ja fix. What the fuck? Er droppt uns einfach Diamanten. Jetzt habe ich mal diesen Skin und wir schauen mal, ob er immer noch so freundlich ist, Leute. Hi, Thomas. Du, ich bin gerade neu und ich sehe hier, du hast ja schon ein bisschen was. Ich wollte nur mal ganz nett fragen, hast du vielleicht ein paar Dias für mich? Hm, was? Geh sofort. Was? Leute, pro Like wird da ein Jahr mehr gebannt. Du Drecksn... So, was wollen wir auf unserem Server nicht, Mann.